Willkommen bei der Deutschen Telekom, mein Name ist Marina Schreiber, was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, der Roland hier, Roland Günther. Bin ich da mit der Telekom verbunden? Sind Sie? Telekom ist der Elektrofachhandel, soweit ich das weiß, ist das richtig? Wenn Sie das denken, dann sagen Sie mal, was Sie haben möchten. Okay, ich hätte gern ein iPod. Ein iPod, das können Sie aber nicht bei mir. Aus welchem Grunde? Na, weil Sie können ein iPad bei mir bestellen, aber kein iPod. Also ich meine, dieser iPod ist doch das Gerät, mit dem man telefonieren und Musik hören kann. Nein. Wenn Sie telefonieren, dann meinen Sie mit Sicherheit das iPhone. Stimmt, das iPhone, weil ich möchte das für meinen Sohn kaufen und deswegen. Geht es da um einen Neuvertrag oder um was geht es da genau? Um was? Geht es um einen Vertrag oder so? Würden Sie das auf Prepaid kaufen? Was ist denn Prepaid? Aufladbares Handy? Wie, den Akku? Meinen Sie das jetzt ernst, was Sie mit mir jetzt hier abziehen? Wen jetzt? Wollten Sie jetzt einen Vertrag machen oder möchten Sie eine aufladbare Karte bestellen für ein Handy? Oder was wollen Sie da genau? Ach so, ich möchte einen Vertrag abschließen. Sie möchten einen Vertrag abschließen. Was für einen Vertrag möchten Sie denn abschließen? Was sind denn da für welche zur Auswahl? Ja, es kommt drauf an, was Sie für Ihren Sohn oder für sich haben möchten. Was meinst du? Da soll Internet bei sein, da sollen irgendwelche Freiminuten bei sein. Internet möchte ich meinem Sohn nicht geben, weil da kann man zu gefährlich sein. Dann lohnt sich ja auch gar kein iPhone zu bestellen, weil das iPhone wählt sich ja selbst ins Internet ein. Wie meinen Sie das? Na, das Handy wählt sich selbstständig ins Internet ein. Was passiert dann? Na, dann entstehen Internetkosten. Aber wenn man dann einfach ausstellt, dass das ins Internet geht, dann geht das aber gar nicht ins Internet. Richtig, wozu wollen Sie dann ein iPhone nehmen? Mein Sohn möchte ein iPhone, aber ich wusste nicht, dass der bis jetzt schon mal im Internet mit irgendeinem technischen Gerät war. Mhm, das kann ich Ihnen auch nicht sagen. Aber der hat einen Computer, damit kann er ja auch ins Internet. Kann er auch machen, ja. Ja, dann wird der auch übers iPhone wahrscheinlich ins Internet gehen, deswegen habe ich damit doch dann kein Problem. Mhm, okay. Ja. Ähm. Roland Eschen! Wie ist das denn mit den Farben für das iPhone? Ja, das können wir gesprenkelt, gepünkelt, ähm, keine Ahnung haben. Oh, jetzt wird die, jetzt wird die nicht mehr ernst, ey. Das ist ja auch doof. Ach Mensch, das tut mir jetzt aber auch doof. Oh, nee, da lege ich dann hier drauf. Du schaust der an. Das ist so doof. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das?